Ok, jetzt demonstrieren wir euch einmal, wie das ist, wenn man hier ins Wasser kommt. Guten Flug! Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir wogen einen Schritt raus aus unserem Wasser-Bungalow und gehen jetzt die Insel erkunden. Das ist doch mal ein völlig neues Bild. Heute ist Loredana der Käpt'n. Sie ist am Steuer. Ich habe mich aus Swiss liegen lassen. Sie fährt ja so extrem gerne. Vor allem an einem neuen und fremden Ort. Darum geniessen wir jetzt die Fahrt und entdecken die geheimnisvolle Insel. Und das alles nur, weil der Kämpfer hat das Swiss liegen lassen. Meine Lieben, darf ich mir vorstellen, das kleinste Auto der Welt. Das kleinste, das ich je gefahren bin. Jaaaaaah! Look into the floor. Das ist wieder herzig. Haha! Musik 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 Also wir fühlen uns hier ehrlich gesagt ein wenig wie in Costa Rica. Es hat so ein wenig einen südamerikanischen Drive, diesen Ort hier. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt in den Wald hinein und entdecken die Landschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020